Hey ihr Dracker da draußen, wir sind Marco und Scha. Ja wir haben in diesem Jahres Privileg für euch auf der Bühne zu stehen und die Musik zu machen, die ihr hören wollt. Fans für Fans. Bands für Fans. Und dann sagt ihr uns einfach was ihr spielen könnt, ob ihr singen könnt, welche Instrumente ihr beherrscht und ja und dann setzen wir uns miteinander blablabla 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 Hey ihr Dracker da draußen, wir sind Tommy und Marco von der Countrykapelle Drag Drivin' Man und wir sind genau wie ihr riesengroße Fans vom Drag Grand Prix. Ja und wir haben in diesem Jahr das Privileg für euch Musik machen zu dürfen auf der Hauptbühne am Samstagabend nach dem großen Feuerwehr quasi Musik von Fans für Fans und noch besser ihr könnt dabei sein. Ihr müsst nur ein Instrument beherrschen oder singen können, bewerbt euch unter www.druckdrivinman.de und schon seid ihr dabei. Ihr kommt zu uns auf die Bühne, wir haben zusammen Spaß, wir geben Gas, wir machen Mucke zusammen und werden einen super Abend erlebt und eine legendäre Aftershow Party. Alright.